Willkommen über den Dächern von Berlin. Du bist bei 104.6 RTL, Berlins Hitradio. Wir sind Katja und Kerbel und das ist deine Chance. Zusammen mit Your Chance suchen wir das Comedy-Talent 2009. Hast du vielleicht ein alter Ego? Kann natürlich auch ein junges Ego sein, Hauptsache witzig. Oder kannst du dir besonders gut Witze ausdenken oder erzählen? Kannst du Leute imitieren, witzige Lieder schreiben oder Wortspiele dichten? Wir wollen sehen, wie du die Leute zum Lachen bringst. Egal wie, Hauptsache es funktioniert. Das ist deine Chance. Werde das Comedy-Talent 2009 und damit neues Mitglied bei Deutschlands lustigster Morgensendung. Arno und die Morgencrew. Bewerben kannst du dich ganz leicht. Lade einfach hier ein Video mit deiner Performance hoch. Um dich zu filmen, reicht schon eine Webcam. Und solltest du keine Kamera haben, auch gar kein Problem. Unsere Streetcasting-Teams sind in der Stadt unterwegs in ausgewählten Cine-Star-Kinos und drehen mit dir dein Video. Und dann bist du vielleicht schon bald on-air bei uns zu hören. Ich bin sehr gespannt, was du zu bieten hast. Äh, und ich geh erst. Äh, und ich geh erst.